Hallöchen und weiter geht's mit Multicross. Wir checken mal, was wir heute hier so reißen können. Bin ich mal gespannt. Oh, Akku fast alle. Na ja, müssen wir mit leben. So, dann kommt das erstmal weg. Der war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Dann können wir das gleich hier wieder ranklatschen. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, nee, das ist doof. So. Wo klatschen wir das hier hin? Ich muss mal überlegen. Dann klatschen wir das da hin. Dann kann ich mir den Würfel hier in die Ecke hauen. Kann das da mit ranklatschen. Na, der war auf jeden Fall nicht so sinnvoll, wie ihr seht. Aber naja, müssen wir jetzt mit leben. Von da her drauf geschüssen. So. 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 Höhöhöh. Was ist denn das für ein fettes Teil? So, dann müssen wir mal ein bisschen überlegen, würde ich sagen. Sieht jetzt echt ein bisschen bitter aus für uns. Ich weiß nicht, wo ich mit dem hin soll. Machen wir das einfach mal so. Tja, das ist jetzt ein bisschen bitter. Wir könnten die zwar noch verbauen, aber bringt ja keine Punkte. Tja, machen wir einfach, was bleibt uns anderes übrig. Ich würde sagen, wir klatschen den da hin. Könnten den jetzt hier hin hauen. Dann haben wir nochmal... Was war denn das? Alles weg. Geil. Dann geht es jetzt weiter. Ich dachte, jetzt ist richtig Bullshit. So. Klatschen wir das in der Ecke, würde ich sagen. Das kommt da drunter. Das ist jetzt natürlich wieder mies. Wie mache ich jetzt weiter? Was sagt ihr? Was würdet ihr machen? Sigma hat jetzt einfach mal so und so. So. Und dann kommt der da hin. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier schaffen. Wie machen wir jetzt weiter? Das ist natürlich auch wieder eine bittere Frage. Wir könnten den da hin hauen. Ich würde sagen, das war ja nicht so blöd. Ich würde sagen, das war ja nicht so blöd. Wie war das? Wie ist das? Ich würde sagen, das war ja nicht so blöd. Wie ist das? Wie ist das denn? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Das kann ich sein. Von daher. Mal schauen. Machen wir den hier hin. Und dann machen wir den da hin. Mann ey. Das was wir brauchen kriegen wir jetzt nicht. Ey. Das gibt's doch gar nicht. So. Dann haben wir das weg. Jetzt, oh jetzt ist der 4er da. Ich krieg ne Macke. so 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 wie gesagt so leicht ist es ja nicht aber macht auf jeden fall richtig fun kann ich euch nur empfehlen die app so das war es wie viele punkte haben wir 21.270 relativ okay gut wie gesagt wir sind durch und ich hoffe natürlich dass es euch gefallen hat wir sehen uns bis denzen tschüss